Die Wartehose geht dann bis nach oben, weißt du? Ja. Jetzt sehe ich auch hier nichts mehr. Jetzt ist das Wasser so trübe. Ei, ei, du bist nass. Ich habe mir gedacht, ich könnte nur versuchen, mich hier so abzusto... ...stitzen auf der Seite. Da rutschst du ab. Super. Ist Wasser im Stiefel? Ja, klar. Einem anderen auch gleich, Papa. Und zwar jetzt. Ja, aber es wird... Ich weiß nicht, wie tief ich will jetzt nicht bis zur Brust ins Wasser. Verdammt. Er rinscht da rein, oder rinscht da rein? Wenn du einen Fuß hochhebst, hebst... ...weiß es nicht. Okay. Rückzug? Rückzug, ja. Nein, ich weiß nicht, wie tief das da noch wird. Ich will dann nicht bis zur Brust im Wasser stehen. Okay, gut. Gut. Den müssen wir uns merken. Warthose. Wartanzug, meinst du? Du willst ja schwimmen. So. Nein, ich will nicht schwimmen. Komm raus, ich will so schnell raus aus dieser Stiefel. Das war's. Ja. Boah, die sind schwer. Ja. Ich bin gespannt, wie viel Wasser da jetzt rauskommt. Nein, ich will nicht so hoch. Ja. Das ist gelobt. Das ist komplett klassisch. Die ist wechselgerannt worden. Ja. Mach ich gleich. Ich will nicht da hinlaufen. Lauf, lauf, patsch, patsch. Ich will nicht, dass ich Socken mit habe. Das ist uns blöd. Etwas, äh, äh, etwas blöd, ja. Sonst kannst du... Oh, sonst kannst du meine haben. Oh. Naja. Komplett nass. Komplett nass hart. So. Boah. Du filmst noch, oder was? Ja. Das ist schrecklich. Ja, warte. Deshalb filme ich ja. Beides eben so schrecklich. Hä? Warum schaffst du, äh? Ja, dann geh ich zum Auto zum Wohnzimmer. Oh. Ah, eigentlich, wir hören schon das Wasser. Oh. Vom Socken und das Tropfen. So. Wie hat... Es hat doch nur ganz kurz das Wasser berührt. Wie... Wie hast du das geschafft? Ja, ich hab so Schweißfüße, weißt du. Ha. So, also eigentlich nur eine andere Hose und andere Socken. Gut. Gut, dann. Tschüss. Hihi. Tschö. Tschö. Tschö!